Ich muss sagen, Kativern, CR und so, die sind echt nicht unpräzise, wie man es eigentlich erwartet. Oder sich erhofft, in Anführungszeichen. Ah, guck mal, paar Glatzen. Moin moin. Die sind direkt alle bewaffnet. Die sind direkt alle bewaffnet. Die wollen richtig bief. Moin moin. Können die Waffe ruhig wegpacken. Ich will auch gar keinen Stress. Was ist los? Können sie mal aufhören, hier mit der Waffe auf mich zu zielen? Und der Kollege da oben im Haus kann auch mal aufhören, bitte. Wollen sie auch mal reden? Hallo? Ah, ich mache so eine Bier-Tour. Ey, Poseidon, wenn du Bier machen, dann ist das. Ey, Poseidon. Digga, wollen sie jetzt mal reden? Äh, komm schnell. Mach nicht auf den Bier, du machst eine Million. Was? Bier und Seba sind gerade so sechs. Bier ist sechs. Hä, er schießt auf mich. Sechs hier. Digga, er gibt mir einfach einen Call, digga, er schießt einfach. Ja, Baller. Wum fickt die. Was denn passiert? Das ist einfach nicht, ne? Weiß. Es ist kein... Äh, es sind ein paar arme Staffel zu sterben, das. Hä? Digga, er schießt einfach. Ist er noch mehr? Ist er noch mehr? Die Nummer war verrückt, ob ich das da irgendwie noch jemand von innen gleich wegkneide. Nein, er hat reigeholt. Carlo Gambino, Los Mojotos. Holy fuck, Digga.